Der FC Augsburg macht endlich ernst in Falle Christian Kourmet. Es wurde ein erstes Angebot abgegeben, laut Transfer-Experten Gianluca Di Massio aus Italien. Man merkt einfach, die Deadline kommt immer näher und die nächsten Wochen werden richtig wild. Der FCA möchte unbedingt einen Stürmer und macht jetzt endlich ernst. Auch Duosun ist ja irgendwo im Gespräch, was ich heute schon berichtet habe. Über Kourmet habe ich ja schon länger her berichtet, aber jetzt wurde wirklich das konkrete Angebot abgegeben. Deswegen werde ich jetzt gar nicht konkret auf seine Leistungsdaten eingehen. Wenn ihr die gezielter sehen wollt, schaut das alte Video an. Er machte aber im letzten Jahr in seiner Laie 36 Spiele, schoss dabei 13 Tore und machte 10 Vorlagen. Das Ganze für den RSC Anderlecht. Er ist bei der AC Fiorentina nicht mehr Stammspieler und ist ein bisschen in die Rotation reingerutscht. Dementsprechend möchte man den Spieler eventuell sogar abgeben und würde ihm da keinen Stein in den Weg stellen. Nichtsdestotrotz möchte die AC Florenz abwarten, ob man sich für die Conference League qualifiziert. Das macht wohl etwas aus, ob sie den Spieler verkaufen oder nicht. Inwieweit da die Entscheidung beeinflusst wird, kann ich euch so nicht sagen. Auch Brightonhoff Albion aus England sei mit einer Offerte für den europäischen Stürmer vorstellig geworden. Sollte der FCA Cuamé also unbedingt unter Vertrag nehmen wollen, dann müsste man auf jeden Fall ordentlich Geld hinlegen. Das muss dem Verein bewusst sein und ich glaube, sie wollen das für den Mittelstürmer auch machen. Das Ding ist einfach, aber diese Premier League Konkurrenz hat einfach immer mehr Geld. Jetzt ist die Frage, ist für Cuamé die deutsche Liga attraktiver als die englische? Brightonhoff Albion ist jetzt auch nicht die attraktivste Adresse. Auf jeden Fall wurde ein Angebot abgegeben. Das ist der Stand der Dinge. Das sind die Blitzinfos. Schaut euch das letzte Video an von Cuamé, wo ich schon vor drei Wochen berichtet habe. Da findet ihr auch noch mehr zu seinen Leistungsdaten. Es wird heiß, der FCA macht ernst. Durso und Cuamé. Adamu, wer wird es werden? Ich glaube, wir holen auf jeden Fall einen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ciao! Ich halte euch auf dem Laufenden.